hallo hallo und herzlich willkommen hallo am montagabend hier aus der pirates co es ist ein wunderschöner herbsttag in truhr gewesen und wir sitzen hier in illustrer runde mit einem ganz tollen gast und natürlich wieder mit max auf meiner linken seite hallo max wie geht's dir heute hallo baul auf meiner rechten seite ich bin ausgerastet und freue mich auf unseren gast auf meiner linken seite nämlich den markus wieser hallo hakes vielen dank herzlich willkommen in der show und auch herzlich willkommen dann schon alle zuschauerinnen zuschauer da draußen an den empfangsgeräten schön dass ihr wieder da seid die empfangsgeräte sagt er von böbermann abgeschaut das sagt immer die empfangsgeräte naja sagt aber auch immer wie sagt er grüß gott an alle damen herren und alle dazwischen und außerhalb genau aber das soll nicht das thema sein wir reden heute mit unserem club manager geschäftsführer markus wieser markus herzlich willkommen in der pirates co wie war dein tag wie geht's dir heute mir geht's gut wie immer der tag war normaler motor wir sagen war etwas ruhiger im büro nachdem mein gegenüber ein paar heute etwas später ins büro kommen ist aber halt der vormittag etwas ruhiger und genutzt zum arbeiten und na und jetzt abends direkt zum ersten mal in der paris group also danke mal für die einladung immer natürlich gerne paul hat sich ein paar mal probiert aber jetzt war der zeitpunkt da konnte nicht mehr absagen hast du da wirklich einige pressure ja wir haben es über wochen aufgebaut und jetzt war quasi jetzt aber gesagt jetzt machen wir heute mal nägel mit köpfen max wie geht's dir die wohl einen tag du bist du doch auch relativ gestresst gerade ja nein der tag der tag war eigentlich cool er war bis sag mal diese backloading also untertags hat sich die arbeit nicht so schön verteilt wie man es wie man es gern hätte sondern es ist jetzt zum schluss des tages überproportional mehr dazugekommen als wie über den tag verteilt und dementsprechend habe jetzt gerade nur den ein oder anderen call machen müssen und jetzt bin ich aber für heute fertig und ready für die kauf nur ist wir haben es schon gehört da ist schon angeteasert worden du bist heute später in die arbeit gekommen ich war es war los ich bin heute später die arbeit gekommen ich habe mir heute den den tag eigentlich freigenommen außerdem die private kauf die lasse ich mir nicht gehen weil wir hatten ein langes football wochenende über das wir auch reden werden werden wir hatten nachwuchsfootball werden basketball und da war ich aktiv dabei und ja noch montag kann heute mal ruhig an deswegen geht es mir auch gut ich bin ausgeruht und ready für eine tolle stunde mit euch ja marx marcus marcus recht denn wir dich als erstes mal vor marcus wieser seit februar geschäftsführer und auch club manager bei den raiders tirol wenn du müsstest was du jetzt musst beschreibt dich doch mal mit ein bis drei sätzen vielleicht ganz kurz zu dir und einer person zu mir meiner person ja wo fangen wir dann bin ursprünglich aus niederösterreich und bin zum studium nach innsbruck kommen und wahrscheinlich wie so viele dann in innsbruck hängen geblieben natürlich auch wieder liebe wegen aber man sich auch wegen der landschaft unter dem land und nach bin dann nach dem studium ja in salzburg und frankfurt gewesen ein der sportbranche bei erste fuß gefasst und dann umwege dann wieder in tirol gelandet und ja seit februar inzwischen acht monate eben bei den raiders und will sie irgendwie extrem schnell vergangene zeit die acht monate aber fühlt sich andererseits ist doch schon so viel passiert dass man das ist irgendwie schon länger fünfte ja das du bist ja dann in einer relativ oder sehr interessante erste saison da rein ich weiß nicht ob die anderen saisonen anders waren aber es war vielleicht ganz so ereignisreich wie heuer es ist schon es war schon passiert ja hoffentlich wird nächstes jahr da aber andererseits macht es alles spannender und na es ging im februar dann relativ schnell los mit mit der afl und die wischen drei natürlich eher lebt dieser im februar dann auch schon großes thema gewesen in der vorbereitung also war dann schon schon viele das wurde gleich viel viel football und basketball ging einmal lief noch die gehalten einstieg aber mit dem play auf sein im april und somit eigentlich immer 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 raiders wochenenden immer raiders unterwegs und die raiders natürlich dann mit allen mannschaften eigentlich immer was zu tun sind auch nicht so diese klassischen 9 to 5 also man hat ja nicht ganz viel am wochenende ja wie ist es wie war das in den vorigen berufen auch viel gameday und und wochenenden oder das jetzt nein nein es ist nicht neu also ich wusste ja worauf ich mir anlass deswegen kommt es wieder überraschend nur weiß genau was klar und macht sehr spaß also man tut sie nur wenn spaß macht man es gerne ist mit einer leidenschaft dabei ist sonst sonst macht man das ja nicht und ich war früher in den anderen jobs in den ersten in der sportbranche was eigentlich immer teil davon wo man am wochenende arbeit im einsatz ist wochenenspiele sind dass das ist auch teil davon das gehört dazu deswegen macht sehr spaß und emotionen der letzte job gehört vor den readers war in der bank in hier in innsbruck und soweit so ein event management war auch einige wochenenden aber das war sehr überschaubar und da war es deutlich mehr an 9 to 5 als es jetzt ist mag es du bist ja selber ein begnadeter sportler hast du ganz viel spaß du mir erzählt hast müssen sich alles auspacken aber du bist ja multi sportiven talentiert und als selber davor lange im sport schon gearbeitet und auf sehr ja professioneller ebene vielleicht kannst du kurz antießen wo du davor warst und was du da gemacht hast weil das ist jetzt auch nicht so üblich dass jemand wie mit deiner expertise sich dann eben für ein football verein entscheidet der club manager zu werden ja football football ist neu das ist ja bekannt die wir zu das football da muss ich noch viel lernen was das sportliche betrifft und ein büro mit reden zu können also da da fehlt es aber dass das wird auf der beruflichen seite bin in die sportbranche nach dem studium eigentlich reingerutscht und habe mir der erste job war ich bei der euro 2008 im organisations komitee die in österreich und der schweiz stattgefunden hat und dabei bei der uefa angestellt für eineinhalb jahre im organisationsteam also damals im standort salzburg damit die euro mit organisiert für den standort salzburg oder fürs volontierprogramm zuständig haben das sehr sehr viele freiwillige helfer natürlich gehabt volunteers gab 300 in den spielort und die zu großes vereins thema ja großes vereins thema also gibt es natürlich parallel waren damals 300 die wir einerseits rekrutiert haben motiviert haben damit zu helfen die zu schulen einzuteilen war ja weil war die aufgabe da und habe danach die die chance bekommen frankfurt zu gehen zum dfb und habe eigentlich diese waren die erste veranstaltung waren die frauenweltmeisterschaft die frauenfußballweltmeisterschaft 2011 in deutschland und habe das volontierprogramm für für die ganze weltmeisterschaft organisiert mit 3000 helfern und bin dann im anschluss von dfb blieben und im sponsoring und dem event management geblieben und war dann ja knapp fünf jahre in frankfurt die der deutsche fußballbund ist ja bekannt für seine ja teilweise weiß sogar schon überprofessionalität was manchen themen angeht wie waren deine ersten eindrücke damals im februar also zu den raiders gekommen bist dir auf der einen seite ein professionell geführter verein franchise sind aber auch natürlich dieses ganze ja vereins thema amateur thema mitbringt wie wie professionell sind wir für die leute da draußen ist vielleicht nicht wissen wir können wieder die selbstverweigerung nein überhaupt nicht aber das ist ja ich kann sich bewerten ich habe nie für stimmt was haben wir auch wenn ein sap gekriegt danke bei der mario ja wir haben auch gute fragen die werden wir gleich gleich noch mal reinholt nein aber gibt es gibt es parallelen zu den arbeitsplätzen davor und wenn wir das jetzt machen wir sachen gut haben wir davor sachen richtig gemacht oder sind für komplette nur glauben also glaube aber es ist sehr sehr viel richtig gemacht wenn sie das nicht da stehen wo sie sind oder das spiel in der elf wir haben knapp 950 oder fast dann die 1000 mitglieder inzwischen also die sektionen boomer der sport wächst also wir werden immer mehr mitglieder das heißt wie ja da ist in der vergangenheit viel richtig gemacht worden und hoffentlich können wir einfach an die ein oder anderen stellschraube drehen nur unter einer ecke professioneller wert noch besser und besser aufstellen wenn ich immer das ziel aber auch zu wachsen und besser zu werden und aber die basis ist natürlich eine super basis gerade es gibt football sowieso nicht viele teams in europa die so 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 eine organisation haben und sonst die themen sind im sport und sport management immer die die gleichen und ähnlichen natürlich auch vielleicht auf einer anderen ebene als sponsoring für die readers ist ähnlich wie er sponsoring für ein großer fußballverein vielleicht sind die summen anderen die karten andere aber die themen themen sind die gleichen marketing finanzen und das sind alles ähnliche themen vielleicht die flughöhe auf der andere aber themen an sich sind ja ähnlich die machen halt machen mir zu mir spaß super gehen wir vielleicht mal rein in die argen und ein sap noch von hürtti 1806 waschen an method max at method max bedankt ich beim hürtti method man was hat mir entschuldigung wir haben zwei fragen wie viele leute hakeln eigentlich insgesamt im office inklusive coaches das ist sehr unterschiedlich unterschiedlich vom bia zu uns das ist die jahreszeit zwischen 5 und 10 10 ja ich glaube in der elfse sonst ist vielleicht sogar je nachdem wie man mit zählt aber wir haben sogar mehr als zehn also gibt schon tage wo es sehr voll ist wenn alle coaches da sind man gibt so viele spieler die eigentlich ob die die spieler die import sind dann schon sehr viel in der zeit im office dann ist das auch schon ziemlich voll jetzt wenn die die offseason ist dann wird es deutlich ruhiger und dann haben wir wirklich bei uns im office sind wir vier fünf personen angestellt fünf personen plus plus coaches mit nachwuchsleiter der flug reinen afl coach dann sind es natürlich mehr aber jetzt rein der organisation sind wir zu fünf ja genau und da war noch eine gute frage vom defensive decke wenn wir jetzt schon den club manager da haben gibt es pläne noch weitere sportsektionen auch zu machen leichtathletik eishockey et cetera gibt expansionspläne aktuell nicht geplant geplant ich habe wir haben da kann ich eine schöne anekdote gleich erzählen wir haben genügend aufgaben mit den bestehenden sektionen das immer gut beschäftigt und ich glaube da wäre jetzt keine kapazitäten und ist nichts geplant wahrscheinlich haben wir die gleiche anekdote aber erst einmal vor ja wir hatten ja vor wann haben wir angefangen 2018 18 oder 19 18 18 glaube ich habe mit arten bei angefangen eine preisekonferenz gemacht und da wurde dieser diese entstehungsgeschichte von basketball natürlich auch mit jahr bisschen begleitet und am tag auf hatten wir doch von so ein oder anderen sportverbänden anfragen gehabt ob sie nicht jetzt teil der radis familie werden könnten das war recht interessant weil das war so wenn sie jetzt was geht machen dann was geht man machen dann können sie ja jetzt auch noch das das schon das und das machen das geil und das war dabei also das sind sportarten die sicherlich nahe verhältnis zu amerikanischen sportarten haben aber facebook ich sage jetzt keine sportarten aber natürlich muss man gesund wachsen und natürlich muss man auch schauen was passt und 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 warum hat man das und wie macht man das geht aber ziemlich zeitgleich als du diese mails erhalten haben wir wir intern auch ein bisschen memes gemacht und so kann mir nicht mehr in dieser speziellen gruppe nicht drin aber da hat einige witzige memes genau mit der gleichen schrift gleiche bildschwache so wie das wie er in reit okay wir professionell ding wird sehr gestemmt papier na ja aber also vielleicht waren diese mails ja nein das waren offizielle mails von sportverbänden oder sportvereinen aber es zeigt aber wie attraktiv oder also die radars sind die marke radars ist der verein radars ist und natürlich auch viele sehen dass da vielleicht professionelle strukturen im hintergrund sagen die denen jeder verein hat und wo man profitieren kann und genau das sagte die fans teckel ja auch sich eine auszeichnung für die welt dass wenn man proaktiv angesprochen hat und leute teil der ja wird es von mir werden wollen hört die 806 hat geschrieben was am marsch und hat eine radars points dafür ausgegeben alle wir müssen aber was bringt ich bin ja schon fast was soll mein glatt ist der magisch muss auch was denken das ist eine community show und jetzt kommt der liebe die karte kurz ins bild gerade rink mal rink mal rein und bringt mir da rein wasser danke für karte schön dass du heute wieder da bist ja du bist als klubmanager als geschäftsführer natürlich nicht nur für das vielleicht medial bekannteste puzzle stück der radars nämlich das elf team zuständig sondern eben auch noch für alles andere und vor allen dingen diese 950 knapp 1000 mitglieder mittlerweile wie wie ist das teil eines geschäfts einer einer familie so wie wir sie immer sagen zu sein die so vielseitig ist was die sportdaten aber auch was die menschen angeht das war du hast die ersten monate spannend zu sehen es war mir davor nicht so bewusst dann wenn man jetzt viel über die weder spricht dass man gar wo immer kommt irgendwer kennt jemanden der bei den readers ist selbst bei den readers ist entweder die kinder enkelkinder freunde nachbarn also das ist mir jetzt bewusst waren dass es eigentlich die readers wie groß die readers ein innsbruck und umgebung sind das wirklich man trifft immer wenn der nähe verbindung zu den readers hat und das macht dann der aufgabe dann auch wieder spannend also 950 mitglieder vielleicht mehr müssen jetzt die letzte zahl rausholen ja noch spannend aber ist natürlich herausforderung im hintergrund oder mit so vielen so vielen menschen umzugehen und natürlicher dann jetzt mit ein themen die wir rundherum haben das ist schon schon oft auf eine tone am vergangenen wochenende und da bringen wir jetzt die news around the club so bisschen umgedreht rein war ganz viel los und in ganz viele gesichtete raiders waren aktiv haben waren am samstag große nachwuchsspieltag am american footballzentrum mit der u12 und u14 gegen die vikings max warst du da leider nicht da das wochen denn du bist nicht so du bist nicht so ein afz nachwuchs fern kann das sein doch absolut aber es hat nicht gepasst es hat zeitlich nicht markus und ich waren fort und haben leider zwei niederlagen für unsere jungen athleten gesehen aber kopf hoch ihr lieben jungs und mädels da draußen ja seid auf einem guten weg und die saison ist ja noch nicht vorbei weiter kämpfen und was mir ganz gut aufgefallen ist und das auch dann am sonntag wo u6 und u9 turnier war ist einfach diese stimmung gewesen oder am footballzentrum für ein nachwuchsspiel und ist witzig ist wer das footballzentrum kennt man kann ja von der anderen seite auch zuschauen also man die tribünen und auf der anderen seite geht ein fahrradweg lang und ich denke mir oft wenn leute dort stehen bleiben und zu schauen und sich dann denken hey ist das hier nachwuchssport und da sitzen teilweise 34 menschen vielleicht auf der tribüne das ist schon toll also das ist glaube ich was was nicht viele sportarten haben beim nachwuchsspieltag so viel zuschauer oder na also es war fast beiden tagen und für gestern faszinierend zu sehen aber u6 und 9 wie viel menschen da wie viele fans eltern aber breeders fans im fz sind und wie das ist ja nicht nur 90 minuten oder 60 minuten spiel sondern dieser langer tag war das gestern und wie viel da ständig vor hat das echt schön zu sehen und wie positiv die stimmung ist lebt danach foto gemacht man da von der tribüne und habe sein freundeskreis geschickt und alle was das ist ja und an beiden tagen waren natürlich auch unsere retten einsetzen die dancer und die cheerleader denen die jetzt natürlich nicht so wie jetzt die wir die die futbol oder basketmannschaften irgendwie in liga betrieb haben aber auch ihre meisterschaften wie wichtig ist es für dich auch dass die readers familie so divers ist auch was eben dass wir jetzt eben nicht nur vielleicht eine futbolmannschaft sind sondern eben alle menschen bei unserem platz haben ja das macht es spannend oder mit basketball football cheerleading black football dass so viele sektionen sportarten sehen so viele unterschiedliche sportarten die ja alle andere meisterschaftszeiten haben trainingszeiten haben andere voraussetzungen auf brauchen auf oder infrastruktur hat macht schon schon sehr spannend und macht zum beispiel abwechslungsreicher aber eben natürlich ja oft auf sowohl zeitlich also unsere ressourcen dann begrenzt dass er nicht nur von uns im office sondern wenn wir jetzt an heilen denken in heilen zeiten heilen kapazitäten trainingsplätzen denken dass das ist als afz oder auch die cheerleading halle dadurch dass die sektionen so gut arbeiten und wachsen die grenzenwahl erreicht sind oder teilweise schon erreicht sind wir haben gerade im chat noch anmerkungen und zwar von bad boy lieb ein ladies tackle team fehlt euch noch und lustigerweise wie man gerade genau das gleiche gedacht weil die am wochenende mit jemandem darüber geredet habe also kleines baby mädel muss dann natürlich irgendwann einmal die möglichkeit haben bei den raiders football zu spielen in einem lady hätte das wollen genau und oder vielleicht wollen auf jeden fall markus stellvertretend für bad boy lieb machen hier die frage wie schauen wir mit einem ladies tackle team aus hier noch haben wir es nicht aber ja mal schauen was die zukunft bringt also nichts ausgeschlossen natürlich muss man schauen wie da die wie die voraussetzungen sehen wie sagen muss man sowas dafür braucht natürlich gibt es auch noch nicht so viele ladies die die tackle football spielen ist natürlich auch thema dagegen gegen spielerinnen zu bringen aber schauen was die zukunft bringt insgesamt das verein sind wir da immer offen und das zeigt natürlich auch dass jeder jede und alles was wie sagt immermann davor dazwischen und danach ist ein platz bei den raiders hat oder und das ist ja eigentlich das coole was da können wir glaube ich schon ein bisschen stolz auf uns sein das haben nicht viele sportarten nicht viele vereine wo man sagen kann egal wie groß wie schwer wie alt wie jung egal was du machst wie du dich bewegen willst du hast bei uns einen platz egal ob mit ball in der hand oder ohne ball in der hand oder mit physischer gewalt beim deckel football oder ohne beim flag football hat einfach jeder und jede bei uns am platz und das ist schon was was cool ist finde ich das ist irgendwas was mich zumindest als werder stolz macht oder das ist einzigartig passt oder gibt es andere sportarten oder vereine klar gibt es feine mit vielen sektionen und sowas aber alles unter einem dach hätten wir jetzt nicht so schnell dann selbst wenn es dann vereine gibt die viele sektionen haben weiß ich nicht ob die dieses community wie es gefühlt ob das wir das leben die wirklich dann doch alle zusammengehören und sie dem verein zugehörig finden ob diese community sind readers familie wie wir sie haben bezeichnen ob sie dann bei anderen gibt bin ich mir also sicher ob er wieder eigenen sektionsleben ist genau wie wird das teckel heute mit echt guten fragen wie schaut ein day in the life of a sportmanager aus mag was sind so deine was sind so die daily duties die gefühlt jeden tag dran sind und und wie viel kaffee braucht es kaffee bin ich sehr zurückhaltend immer oben wir haben das eine espresso maschine aber da bin ich also der große große freut du kannst es bei flossen dass wir eine neue kaffee mit schade ist ja perfekt du bist als clubmanager auch nicht so viel kaffee aber der gym hat uns letztes mal gesagt dass es das ist viel kaffee gebraucht hat paul fängt ein geld fängt an wir müssen das nur umverteilen gerade ja es ist jetzt schon gut umverteilt wenn es deine kapseln gehen da also wie schaut der tag aus mein tag ja zum glück ist er sehr unterschiedlich das ist eigentlich jeden tag spannenden abwechseln reich ist aber das ist jetzt noch wenig konkret ja was gehört dazu also je nachdem welche saison und was gut zu tun ist ist einerseits wenn die elf saison war viele abstimmungstermine in der rollen organisatorischen heißt spieltage vorbereiten was brauchen wir noch für die nächsten spieltage in der organisation in der abstimmung natürlich auch abstimmungen das ganze thema marketing kommunikation social media betrifft was posten wir was kommunizieren wir wie gehen wir raus natürlich haben jetzt sponsoren viele viele termine oder auch e mails und austausch oder entweder sie zunächst spielen einzuladen vielleicht was man was mit branding umgestellt werden muss natürlich neue sponsoren versuchen zu gewinnen und von uns zu überzeugen also ganz ganz unterschiedliche aufgaben und natürlich gesagt ist das thema was schon groß sachen großen teil meines tages betrifft sondern ist das thema finanzen also da da geht schon viel zeit rein dass man sagt okay natürlich kommen genügend rechnungen ins haus und stellen wir auch rechnungen und natürlich dass das alles sehr geordnet ist und wir zukünftiger gut aufgestellt ist ja ich hab da einiges dazu der max als gelandet buchhalter hat sich ja angeboten auf nacht noch die buchhaltung für die resten das wird uns ordentlich entlasten ich mache das schon gegen in dem dass jeder uns gebinder was die community als stimmt und wieder tatsächlich ein bisschen stretch eier ist schon wieder aber nah ist da müsste man nachbehandeln da diese london und er kommt wenn die da am abend nur buchhaltung es ist null euro stundenlohn und deswegen wäre auch die buchhaltung mit null euro entlohn gelade ist es da gab viele stunden rein ja fast so gut um abzulegen wir das es gibt hier bei uns bei den readers und das hat vielleicht schon für bei den einen oder anderen für für verwirrung gesorgt eigentlich zwei general manager wie man sie jetzt im englischen sprachgebrauch kennt und deswegen haben wir ja auch den uls als unseren sportlichen leiter als general manager football und dich eben als general manager im sinne des club managers geschäftsführers den meins bezeichnet wie viel arbeitest du denn mit uls zusammen und wie viel hast du eigentlich mit dem sportlichen zu tun oder bist du rein bei den zahlen und den mitgliedern und den sponsoren und dem marketing event sachen für den sportlichen teil gar den football also in jeder sektion haben wir sportliche leiter die sind für den sportlichen teil zuständig weil da bin ich einfach nicht tief genug drinnen und eine der zu wenigen experte um im football und basketball und in chili aber sportlich was beurteilen zu können also gibt es die sportlichen leiter das meine aufgabe ist wirklich die ganze organisatorische die ganze finanz themen wirklich das ja im dd business themen für die bin ich verantwortlich deswegen in deutsch wird es glaube eher sein dass sie der geschäftsführer oder klubmanager bin und holt in dem fall der sportdirektor in football ist der sportdirektor der term hat der general manager und deswegen gibt es bei uns werden wir beide so als general manager bezeichnet oder holt sie für football zuständig dann genauso gibt sportlichen leiter mit stefan oberhauser im basketball im tier leading und she dance genauso einmal zwar sportliche leiterinnen und ich kann dafür alle sektionen wirklich diesen business teil und den seiteil und den organisatorischen machen ja ich glaube es ist ja das ist ja ich glaube das wäre für die radios familie in keiner sektion war das förderlich verfahren wo er kontrollorganismus da ist oder zwischen kommt der buchhalter wieder raus in der frau legen kontrolle er ist ähnlich und ich glaube es ist der nächste schritt zur professionalisierung oder dass wir es noch mal jetzt wirklich zwei köpfe haben jeder sektion einmal der organisatorische wirtschaftliche und einmal da das sportliche teil dass man wirklich jeder kümmern kann sie dann wirklich um seinen stecken fährt kümmern und um seine aufgaben und ich glaube dass man da dann besser aufgestellt sind gut aufgeschützt von entspannt ein großes highlight gab es am samstag noch am samstagabend haben unsere basketballer vor ich voller halle war sehr gut besucht trotz timmy trumpet konzert oktoberfest der wirtschaftskammer also am samstag war wahnsinn was hier los war an der olympia wird hatten wir ein gut besuchtes spiel unserer basketballer gegen die basket flames aus wien am ende doch deutlicher sieg mit ein bisschen holprig aber basketball aktuell allgemein was ist da so dein eindruck nach drei wochen oder datei spielt haben wir uns und stadt war glaube ich sehr gut müssen ist normale happy also zufrieden also drei spiele drei siege zwei heimspiele mit zwei siegen also ich glaube das war echt das super saison start und das ist das spiel gestern nach vorgestern am samstag war ja kein mit k plus 13 punkte 16 3 der stadt gut losgegangen kleiner einbruch dann haben wir sie noch mal ran schnuppern lassen aber am ende dann noch mal mit einigen punkten ja was was am ende danach plus 10 bis 15 gab am ende das spiel gewonnen also ich glaube dass das ist so ein start war sehr vielversprechend als samstag wo viel los war in der halle das hat echt spaß gemacht und vor allem wir haben es waren für unsere legionären haben wir mit einem legionär gespielt oder zwei waren leider verletzte waren verletzt und zeigt aber hat die jungen oder wie viel wie groß die bank inzwischen bei uns ist wie viele junge danach kommen und alles potenzial haben in der liga mitzuspielen und das macht er für die nächsten jahre ist guter sind nun ist die nächste möglichkeit sich ein spüren zu schauen die wird wirklich aber man ihn wird im november glaube ich vierte november und vierten november nächstes heimspiel 18 uhr im landessportcenter klub gegen vienna united das sonntag 16 auf ich müsste es ja alle infos auf www.radars.at tut mir leid aber was bei der jugend anspricht was ganz cool zu sehen war ist ja dass unsere 19 davor gespielt haben und die spielen der superliga was die höchste österreichische nachwuchsliga ist und haben da auch den zweiten sieg einfahren können und in der woche davor haben sie ja gegen oberwart gewonnen was ein sehr etabliertes basketball bekommen in österreich ist und an der deutsch war es deutlich vor knapp gleich ja aber auf jeden fall haben sie gewonnen gegen oberwart als start in diese u19 liga und da haben wir so viel tolles talent in dieser nachwuchsmannschaft was er uns zumindestens auch ordentlich glücklich macht weil es einfach wir wissen dass wir unser talent selber ausbilden und das sind ja auch unsere tugend unsere stärken egal ob jetzt im football oder im basketball wir sind ein ausbildungsverein der von unten haus wächst und die spitze oben dann ja etablieren ja genau das ist ja das ziel oder eigene talente zu entwickeln eigene spiele zu entwickeln und gerade basketball ist mit 19 die erstmals für diese suche in der superliga mitspielen der kreis sieger gestartet das ist echt eindruck da kommt echt können wir uns freuen da kommt einiges noch gute talente erst ja wie geht es weiter es ist jetzt also und zwar doch was weil man vorher geltet haben durch gesagt du warst jetzt die aktuelle zahl der mitglieder mit der es war ja letzte buche auch tryout wie ist das abgerufen sind da wie viele leute waren ist potenzial dabei du warst dort markus oder immer kurz dort genaue zahl ist glaube ich waren knapp 40 40 so was bei ja um die 40 teilnehmer waren man da was glaube ich ja super zeichen ist und sowohl von kindern die footballspielmann die flag footballspieler und kinder die cheerleading ausprobiert haben bei cheerleading dabei sein wollen wir sind so auch älteren die sagen sie spielen nochmal stadt neu im football und ja die sektionen mal dabei antworten für alle altersgruppen für alle sportarten wir haben neue mitglieder neue mit mitglieder neue sportlerinnen und sportler gefunden und also so ist im ziel des tryouts erfüllt und es war die stimmung wieder war gut oder dass der ganze der ganze afz platz war voll überall ist was passiert auf der einen seite sind die cheerleader ihre übungen gemacht und und auf der anderen seite football übungen also es war schon gut zu sehen dass da wieder über interesse da ist von allen altersstufen bei der radios dabei zu sein und ich habe gehört es war ein zwei metermann dabei dass ich gut bewegen kann schauen ob wir den dann nächstes jahr schon in irgendeiner der hätte uns in der hätte ja jetzt aber schon die möglichkeit als der vorhanden zu zu machen ist die nächsten tage heute wochen gut magst du bist halt so gut deine überleitung mal was passierte die woche doch ist es nicht wieder extrem viel los was passiert was der box ist ja in österreich nationalfeiertag am 26 und an diesem tag richten wir in innsbruck am afz des den tirol cup aus nicht wir als raiders ja amerikan football und schierledigen verband tirol ich übernehme kurz wenn ich darf also ich war nur ganz so proplex weil die kamera die das bieger mit der amerikanischen verband tirol veranstaltet am 26 oktober im american football zentrum die tiroler meisterschaft im teckel football den tirol cup und da werden unsere mannen männer antreten und das wäre jetzt sehr kurzfristig wenn jemand von letzte woche vom tryout jetzt schon am donnerstag mitmacht aber vielleicht sehr zuschauer dabei und liebe raiders fans da draußen und auch liebe hammers und patriots fans kommt alle dahin und und feuer euren mannschaften an wird ein cooler tag im sinne des futbol sports und es sind auch die finals der tiroler flag football liga dabei wo unsere raiders auch um den einzug ins finale spielen und hoffentlich eine medaille dann mit kämpfen und unsere teckel raiders sehr hoffentlich auch meine medaille und nicht sogar wenn ich sogar um den sieg mit kämpfen donnerstag afz alle hinkommen max gehst du hin oder uber dabei sehr gut ja also die fans die tag war schon mehr oder weniger lang geteasert ich gehe nur dann wenn ich die tscher sein darf sagt und hat er nur nicht nicht überredet ich macht heuer wieder den stadion tscher beim die all cup also wenn ihr irgendwelche unabständigen siegwünsche hat immer das geht sie nicht wie gesagt ich hab da glaube ich narrenfreiheit und hat dann mal der dominik sagt okay schauen wir wieder das nach dem ersten quarter nein du bist ja ein lang bis der längste tirol cup dj den es gibt auf der welt das stimmt du hast bestimmt schon sechs oder sieben tirol cups gemacht wir bis jetzt es hat nur einen einzigen tirol cup dem an dem ich nicht zumindest irgendwas macht der ersten zwei drei habe ich glaube noch spielt und anschließend ist bis auf corona und dann war ja klar wie eine euren etter einer weit glitze und für uns an alle anderen wohl beteiligt wo kann man die tickets checken die gibt es vor ort die gibt es vor ob ich soweit ich informiert bin ja alles kasse alles kasse ganz neue tageskasse kann ich ganz verpreis für für den ganzen tag im afz infos wollen wir werden auch was kleines posten aber ansonsten folgt den kanälen von american football chile den koman tirol afc vt auf facebook und auf instagram und habe kommen dann jetzt auch noch vermutlich die nächsten tage alle wichtigen news dann steht ein weiteres großes ereignis an und zwar am samstag in st pölten markus wo du vor ort sein wirst was ist da los im finale eben finale warum das ist ja ich eine riesen chance für österreich mit der spin raders du fährst als er präsentant auch die genau ich darf hinfahren und schau mal das spiel an und bin schon gespannt und hoff natürlich dass unsere jungs da den titel holt und es sind ja extrem viele unserer spieler radio spieler da im team dabei und ja die werden das hoffentlich schon machen aber ist eben die riesen chancen den im titel so nachher man noch nie gewinnen konnte viele raders sind dabei dann behalten ist da wird letzte woche der vorangebot schon über 5000 tickets verkauft was was eine tolle stimmung werden könnte wunderschönes stadt und glaube ich mit der passenden größe es geht gegen gegen finnland und ja offenbar dass ich bin zuversichtlich ich bin auch sehr zuversichtlich also da das ist jetzt die chance die man nutzen soll der wachs absolut so nach freue mich ja drauf das wird mit klar ganz cool und auch immer mit von den raders management ja da ich glaube da ist nicht mehr so viel zum scouten da die hälfte des teams spielt bei uns und die andere hälfte sind schwer zugänglich ist der ein oder andere rotiamant dabei ja was ja nie für alle die am samstag nicht noch sagen könnten zum nationalteam spielen ihr müsst am samstag ins footballzentrum kommen 16 u18 gm also es hört mich auch nur das ist jedes wochenende sowas los eigentlich immer oder kommt zehn u16 u18 anteuern die haben letztes wochenende auswärts in wien gespielt jetzt wieder heim spielt ich glaube gegen das kann sein zu viel oder wieder magstern würde lehle genau so ist er paul er hat mehr mit seiner karte über mal verkusen geredet dass man es eigentlich selber in der nase nehmen wollen uns ein bisschen besser vorbereiten wollen oder ich habe es heute gemacht gegen wen spielt am wochenende unser nachwuchs ich sag die karte ist nur da brauchst du nicht ganz sehen jetzt überfordert er mich oder wir finden das aber raus jetzt musst du reden du musst jetzt die lücke füllen in der zwischenzeit kann ich beschreiben was der bau da macht und zwar mal gesagt wir machen das in asml und ja tschuldigung 28 da gegen wen gegen die kraft scheint also 16 u18 und uhrzeit um 14 u16 und um 16 u50 die u18 genau geil die beide bau erst eine wäsche an deswegen haben wir das jetzt muss sie damals ist paul raushängen lassen das heißt war nix ja eloquenz beweisen schauen wir noch ein bisschen in die zukunft haben wir sind in zukunft markus was reine themen so sind es ist jetzt die elf-saison ist vorbei und befindet sich in der offseason die adres ist vorbei die jungs sind alle fleißig am trainieren und schwitzen basketball läuft cheerleading bereitet sich auch schon auf die kommenden regional und bundesmeisterschaften vor was sind jetzt so deine themen im herbst winter fürs nächste jahr was ist was steht so auf der agenda ja aktuell gott wie spannende thema sich die budgetierung gerade jetzt thema also sehr viel zahlen jetzt muss ich die aber das budget für im nächsten jahr zu planen und das genau aufzustellen wie viel wir nächsten jahr für welche themen benötigt und natürlich auch wie wir einnahmen löschen können das ist ein großes thema und das andere thema ist natürlich wenn die die elf saison gerade vorbei ist beginnt sie für uns schon wieder fast wir sind schon dabei ist dass die ersten organisatorischen themen zu machen was spielpläne betrifft verfügbarkeiten von stadion abzuklären und natürlich auch das thema sponsoring ist jetzt gerade sehr aktuell schauen dass wir neue partner finden die auch interesse haben mit uns den gemeinsamen weg zu gehen und und die jetzt entsprechende gespräche zu führen das für die nächste saison hoffentlich der ein oder andere partner dazu kommt und ja die thema muss man jetzt noch jetzt noch angehen weil es braucht alles ein bisschen vorlauf ich bin gespannt also die ziele ziele sind natürlich dass wir in jedem bereich wieder wachsen in jedem bereich gesund und wachsen das heißt nicht hoffen wie dass die zuschauerzahlen im nächsten jahr wieder steigern dass man mehr wieder uns auch da verbessern mehr zuschauer ein stadion bringen und für unsere spiele begeistern können in der elf war natürlich wieder mehr mitglieder gewinnen wollte sich mehr sponsoren für uns gewinnen und und generieren merch soll natürlich auch noch mal wachsen also alle bereiche wollen wir einfach noch mal normal wachsen einer kommunikation außen darstellung einfach da ja aber man immer uns weiterzuentwickeln cool magst du hast nachforderung gekriegt du mussten witz erzählen okay aber ist nicht gut also klub 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 ja na warte mal machen wir es auch nur überlegt denn ob ich immer noch immer drei minuten besser alle die jetzt auf youtube zuschauen wir haben auf twitch diese funktion wo die leute ihre raiders points quasi benutzen können dass wir sachen machen müssen wie wasser trinken stretchen und eins davon dass ziemlich teuer ist mit 2000 punkten also teuer im sinne von punkte es kostet euch gar nichts die punkte sammelt ihr durchs zuschauen ehre max muss ein joke erzählen aber den muss er sie jetzt noch ja warum ist es händel über die straßen gegangen haben keine ahnung um zum haus vom idioten zu kommen die hätte er doch in anderen machen sollen was der mal geladen ist auch want to punch ja es okay ist gut zurück zu jetzt reicht aber langsam mit dem wird wieder geslutscht die werden erst gibt es auch für einzelne spiele sponsoren packages markus wie wie sieht es aus bei den raters muss man gleich groß aufs jersey oder was gibt es da so also wenn jemand groß aufs jersey will jederzeit gerne einfach direkt mich kontaktieren also das sind wir sehr offen mal wir es gibt eigentlich ist es individuell für jeden partner also ich glaube das ist ja die die großen vorteile und stärke dass wir haben sowohl mit verschiedensten sportarten sektionen liegen dass wir eigentlich für jeden partner wäre sehr individuelles package nüren können je nachdem was der partner für ziele hat was er will sichtbarkeit vielleicht employer branding kann man immer individuelle pakete oder individuelle rechte ausarbeiten und das sehr viel möglich also auch für einzelne spiele jetzt die frage da war genau so man sagt okay man will von 1 das spiel vielleicht spieltex presenting machen es genauso als options note 5 lassen wir dann nicht geben weil dann hat man einfach nicht verstanden den joker das war im rap bernend von baul aber ja passt der humor ist verschieden eben und haben wir trotzdem noch genau was könnten wir erwarten mal jetzt kann ich kurz damit anschließen als heißt also für alle da draußen die wirklich interesse haben sich mit markus mal über dieses thema sponsoring packages jetzt hätte darauf was auch immer zu unterhalten eine e mail einfach an office address punkt at schicken und dann ja schön jetzt den weg zu mir findet den weg auf jeden fall zu markus und dann könnt ihr über alles plaudern und ricardo schreibt immer die e mailadresse rein und wird uns freuen wenn jemand lust hat und in uns irgendwo investieren möchte beziehungsweise die sichtbarkeit nutzen möchte zimmer sehr gerne dafür zu haben magst du dass du wieder ein kommentar abgeben die frage war wir als kauf sind ja auch eigentlich vermarktbar vermarktbar müssen auch nicht sponsert mit kriegen zu immer von irgendwelchen dubiosen twitch der weg der betreibenden wir könnten so viel aber ich glaube das würde euch ziemlich auf die nähe von gehen wir könnten hier dieses lied so ein computerspiel also das ist das letzte was ich machen würde für irgendwelche komischen idle games die was eigentlich extrem kreise sind nur geldmacherei und dann muss ich mich hinsetzen und sagen das spiel ist geist super spiel kraft ist eure kinder na und das andere das heißt wer wenn die immer die pirates kopf sponsoren will und wir ziehen gerne t-shirt an wo zum beispiel er keine ahnung apple show nie oder haravi drauf steht der fans packstube oder keine ahnung es gibt ja andere die was lokal werden aber was für wenn ich nie werbung machen würde gewinn da gibt es youtube werbung über ein marke die essen produziert fertig ist die welt mit den namen nennen aber jedes zweite youtube video ballert mir mit zwei von der videos wollen du bist kunde von den na wenn ich mehr na ich war's an die was soll ich dachte du willst an jetzt anfangen na die mit l anfangen ad die eco service ex na 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 in dosen mit einem raubtier drauf richtig richtig nervige werbung richtig richtig für die machen wir keine wenn ihr ein raubtier auf einem logo machen wir es nicht gut ihr lieben wir kommen langsam zum ende heute ein bisschen eher weil marcus muss noch zu einem vereins meeting der tag ist noch nicht vorbei magst du nicht genau zu fahren marcus muss noch weiter wenn ihr noch fragen habt schreibt sie sie in den chat und wir versuchen sie noch zu beantworten also das vom sandro wo die nie wissen wollen also das ist absolut legitim und die das ag1 ag1 also das war nicht das was ich meine 1 war und zwar nicht nur es ist ja pechwurst gut kommen wir zur wichtigsten kategorie des abends song of the day marcus du darfst sie als erstes deine song of the day wünschen um ihn auf die playlist zu setzen jetzt habe ich so viel so auf die die paris kopf gehört und ich wusste ich dass er sagen dass er trotzdem war jung vorbereitet wie ich reinkommen bin alle haben das handy die zwei anderen jungs haben das handy gezückt und dann schon fest und schauen ja immer unvorbereitet sind obwohl wir das machen ja ich kann ja anfangen das einzige das erste oder das einzige das erste was mir eigentlich ist der einzige lied was ich glaube jetzt im büros letzte mal gespielt letzte mal vor paar wochen gespielt habe weil die maul aber wieder zurückgekommen ist mit der elf saison und dann durch unser leider das ausscheiden er dann doch früher ist geplant doch nur woche urlaub reingequetscht waren die das kann aber habe peter fox toskana fanboy gewählten das habe ich in paul dann vorgespielt weil das kann der es ist das ist ein cooler song das heißt man trifft sich auch eher südlich vom weißwurst aquato im sommer schon im sommer schon ich nehme von andrew wk we want fun andrew wk we want fun ich glaube das ist eh und du magst und ich nehme vom apache 207 thunfisch und weinbrand alles klar thunfisch und weinbrand von die unsere pläne ist noch nicht käme ich auf spotify abonniert sie sich ganz wichtig und thema spotify viele von euch hören ja auch die show auf spotify uns würde uns total freuen wenn ihr uns da feedback gibt entweder auf spotify selber oder über unsere anderen social media kanäle und wer einfach bock hat gibt uns auch so eine sternenbewertung weil das ihr wisst dass dieser algorithmus das hilft dass man weiter hoch rutscht und wir wollen einfach noch mehr leute mit unseren kunden habe ich coolen sachen ja erreichen und das hilft uns dabei auch ein wichtiger hinweis für alle leute die auf youtube zuschauen die vielleicht noch ein bisschen berührungsängste mit twitch haben ihr braucht bei twitch weder ein account noch irgendwas bezahlen oder irgendwas ihr könnt einfach live die show auf twitch verfolgen und braucht euch da wirklich nicht irgendwie mehr wundern was das für eine seite ist twitch gehört zu amazon kommt eigentlich aus dem gaming bereich und gibt aber eine total einfachen zugang für so kleine medienprodukte wie uns projekte wie uns dinge live zu streamen und deswegen sind wir damit auf twitch und ja für alle youtuber da draußen kommt rüber auf twitch ist eine coole plattform und noch das wichtigste ihr seht da unten der balken der ist noch nicht voll wir brauchen noch paar subs für unser soundboard damit ich hier coole sounds machen kann das heißt jeder der noch ein prime abo frei hat würde uns freuen wenn ihr das noch aushaut und dann sind wir bald voll und kaufen uns ein cooles sound gut das war's für heute markus deine letzten worte für heute abend an die audience vielen dank für die einladung euch zwei und dann die audienz und freut mich natürlich wenn man auch die audienz dann bei den spielen oder readers event sieht und hoffen natürlich dann noch viel viel länger da zu sein und ja ist immer viel und alle persönlich kennen zu lernen aber es wird cool max da gibt es einschalten wenn ihr den witz nicht verstanden habt das spaß als marilin noch mal tatsächlich wo die letztes mal angekündigt habe dass sie mir was einfallen das bezüglich mit war absolut blank also muss man tatsächlich irgendwelche witze aufschreiben große witzbuch oder so lustige tweets wie der el roto macht was du den humor dann auf jeden fall so und vielleicht wo etwas wo alle lachen können vielleicht liebe readers fans da draußen es war mir ein innerliches volksfest oktoberfest in dem fall schön dass ihr eingeschaltet habt schön dass ihr uns zu portet auf unseren kanälen wochenenden wie das letzte machen uns riesige freude als readers zu sehen wie riesig die readers family ist und wie vielseitig ihr wenn ihr teil davon werden wollt kommt auf www.reders.at sucht euch die kontaktdaten raus für jeden und für jede ist ein platz bei uns angeblich einschalten wir sehen uns nächste woche schön feiertag kommt zum tirol cup unterstützt das nationalteam kommt zum afz am samstag unterstützt die basketballer auswärts in martersburg und rock'n'roll danke macht es gut schaukau b